Peppa und Schorsch haben eine schöne Zeit beim Spielen im Garten. Ich bin dran, Schorsch! Uh! Ich! Uh! Hahaha! Hm, das ist ein komisches Geräusch. Ich frage mich, was dieses Rumpeln ist, Schorsch. Hallo Peppa, hallo Schorsch. Hallo Papa, das ist nicht unser kleines rotes Auto. Du hast recht, Peppa, das ist ein Wohnmobil und wir mieten es für ein paar Tage, denn wir gehen zelten. Juhu, Peppa und Schorsch lieben zelten. Schnell, holt eure gepackten Koffer und vergesst eure Fahrräder nicht. Hihihihi. Hihihihi. Hahaha. Hihihihi. Sind alle soweit? Ja. Ja. In Ordnung, alle Mann rein. Los geht's. Halt! Was ist, Peppa? Papa, wir haben unsere Fahrräder vergessen. Oh je, wir können nicht ohne sie los. Versuchen wir es noch einmal. Puh, bestimmt haben wir jetzt alles. Juhu! Papa Wutz, Mama Wutz, Peppa und Schorsch sind am Zeltplatz angekommen. Wow, ich liebe den Wald. Warum fahren du und Schorsch nicht eine Weile mit dem Fahrrad, während Papa Wutz und ich ein Lager aufschlagen? Hurra! Hurra! Komm, Schorsch! Hihihihi. Hihihihi. Juhu! Hihihihi. Hihihihi. Ich mag unseren Zeltplatz, Papa Wutz. Ich auch. Nun, wer hat Hunger? Wer hat Hunger? Ich! Es ist schon Zeit für das Abendessen. Mama, kennst du irgendwelche Lagerfeuerlieder? Hm, ein Lied kenne ich. Bong, bing, bü, bing, 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 Können wir jeden Tag zelten gehen? Süße Träume, Peppa und Schorsch. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wutz. Dann geht's los. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch, verfahren? Äh, ja. Da kommt Opa Clef mit Klausi Clef. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Na, wie? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Ähm, hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Clef. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir wollen die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, Achtung. Das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein. Diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh. Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ihr gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich aber genau genommen. Sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja. Gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein. Das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen. Und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf, dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra. Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutz und ich schlafen hier auf diesem Bett. Oh. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Ho, ho. Schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Der Campingurlaub. Peppa und ihre Familie machen Ferien im Wohnmobil. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Guten Morgen, Papa Wutz. Ich liebe Camping. Wo wir nun schon mal auf dem Land sind, habe ich mir gedacht, dass wir uns hier mal die Natur anschauen könnten. Gute Idee, Mama Wutz. Wutz, schauen wir uns doch eine Natursendung an. Eines der wirklich großen Naturwunder. Vögel. Wie wunderbar. Husch, husch, kleiner Piepmatz. Wir können sonst die Sendung nicht hören. Oh, Papa Wutz. Du willst doch nicht im Ernst unseren Campingurlaub mit Fernsehen verbringen, oder? Das können wir auch zu Hause. Äh, du hast recht, Mama Wutz. Hier gibt es nämlich viele spannende Dinge zu sehen. Zum Beispiel die Waldwelt. Was ist die Waldwelt? Die Waldwelt ist ein riesiger Wald voller Bäume. Das klingt ganz schön öde. Oder der Kartoffelkosmos. Was ist der Kartoffelkosmos? Man besichtigt die Kartoffelfelder und zum Schluss probiert man die Kartoffeln. Klingt interessant. Oder das Entenland. Was ist das Entenland? Das ist ein breiter Fluss ganz voller Enten. Entenland. Wir fahren zum Entenland. Pepper und Schorsch lieben Enten. Aber wie kommen wir zum Entenland? Das Wohnmobil bringt uns hin. Hallo, wohin geht die Reise heute? Zum Entenland, bitte. Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Wir fahren zum Entenland in unserem Wohnmobil. Willkommen im Entenland. Wie viele Karten, bitte? Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Viel Spaß mit den Enten. Wo sind die Enten denn? Vielleicht machen sie auch Ferien. Kommt, wir packen das Picknick aus. Die Enten kommen doch immer vorbei, wenn wir... Wenn wir Picknick machen. Pepper und Schorsch lieben Picknick. Guckt mal, da kommen ja die Enten. Halt, Papa, wir brauchen das Brot doch für die Enten. Na gut. Hallo, Frau Ente. Da kommen noch mehr Enten. Das sind alles ihre Brüder und Schwestern. Und da kommen noch mehr Enten angeschwommen. Und das sind die Enten, Omas und Opas. Und hier kommen noch alle Tanten und Onkel. Das war's. Unser Picknick ist alle. Enten, sag Dankeschön zu Papa Wutz. Ho, ho, ho. Sehr gern geschehen. Ich liebe Entenland. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Ich frage mich, ob es nicht eine Abkürzung gibt. Fahren Sie geradeaus in den Fluss hinein. Oh, sind Sie sicher? Ja, fahren Sie in den Fluss hinein. Aber wir können doch nicht ins Wasser fahren. Genau, das Ding redet doch Unsinn. Drücken Sie bitte den blauen Knopf. Das Wohnmobil kann tatsächlich im Wasser fahren. Unser Wohnmobil hat sich in ein Boot verwandelt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Willkommen im Vorzeug der Zukunft. Guckt mal, da sind ja Opa Clef und Klausi Clef. Ahoi auch, Papa Wutz. Äh, ahoi auch. Wir schippen über das Wasser in unserem Wohnmobil. Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wir sind zu Hause. Danke für den schönen Urlaub, Frau Wohnmobil. Ha, 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 aber gern. Es war mir ein Verbeten. Es ist schön, im Urlaub zu sein. Aber am allerschönsten ist es doch in unserem eigenen Haus. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Ein Ausflug mit dem Bus Peppa und ihre Freunde machen einen Ausflug mit dem Bus. Kinder! Kinder, alle mal ehren. Wir müssen gucken, ob alle hier sind. Peppa und George. Hier. Luisa und Linus Löffel. Hier. Squeak, squeak, squeak. Lucy Locke. Hier. Zoe Zebra. Hier. Klausi Kleff. Hier. Emily Elefant. Hier. Pedro Pony. Pedro Pony ist nicht da. Entschuldigung. Pedro, fast hättest du den Ausflug verpasst. Entschuldigung, Madame Gazelle. Kein Problem, wir sind ja noch da. Alles einsteigen. Frau Mümmel ist die Busfahrerin. Volle Kraft voraus. Wiedersehen. Kinder, hört mal alle ehren. Heute machen wir einen Ausflug in die Berge. Hurra. Habt ihr alle euren Reiseproviant dabei? Ja, Madame Gazelle. Madame Gazelle, dürfen wir bitte jetzt schon was essen? Peppa, wir machen Picknick, wenn wir in den Bergen ankommen. Peppa, was hast du in deiner Brotdose? Einen roten Apfel. Ich hab einen grünen Apfel. Komm, wir tauschen. Au, ja. Peppa, Lucy, was macht ihr da? Lucy hat gesagt, ich soll die Dose aufmachen. Peppa hat gesagt, wir sollen tauschen. Ist schon gut. Aber bitte ebt euch was für das Picknick auf. Ja, Madame Gazelle. Der Bus ist am Fuß der Berge angekommen. Die Bergstraße ist sehr steil. Vorwärts, Bus. Du schaffst das. Vorwärts, Bus. Huah! Peppa und ihre Freunde sind auf dem Berggipfel angekommen. Seht mal die Aussicht. Oh! 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 Wer spricht da? Das ist ein Echo. Was ist mein Echo? Ein Echo ist das, was du hören kannst, wenn du in den Bergen ganz laut rufst. Pass auf. Hollerahio, 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 Hollerahio. Echoes machen Spaß. Zeit für unser Picknick. Peppa liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Wo sind die Enten? Die kommen doch immer, wenn wir Picknick machen. Dumme Peppa. Enten leben doch nicht in den Bergen. Oh! Hallo, Enten. Möchtet ihr etwas Brot? Heute haben die Enten Glück. Es gibt eine Menge Brot. Die Enten fressen zu hastig. Du liebe Güte. Heimfahrt. Alles einsteigen. Es wird Zeit, nach Hause zu fahren. Allen hat es viel Spaß gemacht. Los kommt, wir singen was. Singen Sie uns den Bing-Bong-Song, bitte. Oh, oh. Bitte, Madame Gazelle, bitte den Bing-Bong-Song. Na gut. Oh! Wir machen Musik und wir singen ein Lied. Mit nem Bing und nem Boom und nem Ping. Bong, Bing, Buu. Bing, Bong, Bing. Bing, Bong, Bingli, Bong, Buh. Bong, Bing, Buu. Bing, Bong, Bing. Bing, Bong, Bingli, Bong, Buh. Bing, Bong, 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 Bong. Bing, Bong, 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 Bong. Bing, Bong, 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 Bong. Eislaufen. Peppa und ihre Familie wollen heute Eislaufen gehen. Das wird ein Spaß. Peppa und Schorsch waren noch nie beim Eislaufen. Also, Schorsch, du bist noch nicht so gut im Eislaufen. Mach mir am besten alles nach. Haha, ich glaube, wir sind alle ziemlich gut. Ja, und ich ganz besonders. Zuerst brauchen wir Schlittschuhe. Auf der Eislaufbahn haben alle Schlittschuhe an. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir würden uns gern Schlittschuhe leihen, bitte. Bitteschön. Danke. Schönes Schlittern. Da sind Luzi Locke, Luisa Löffel, Klausi Kleff, Zoe Zebra, Molly Mieze, Emily Elefant und Pedro Pony. Peppas Freunde können sehr gut Eislaufen. Peppa will auch Eislaufen. Wow. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Bist du zum ersten Mal beim Eislaufen, Peppa? Ja. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Nein, danke, Luzi. Ich glaube, ich kriege das schon alleine hin. Na gut, dann komm mit. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eislaufen und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hoppstala. Ho, ho, ho. Dummer, Papa. Schorsch, willst du auch Eislaufen? Nö. Schorsch war noch nie Eislaufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich es schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her, ich kann Eislaufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Langsam, Peppa. Du fährst noch jemanden um. Keine Sorge, Mama. Ich bin eine gute Eisläuferin. Oh, wo sind denn die Bremsen? Oh, weh, ich hab vergessen, ihr das Bremsen beizubringen. Oh. Ah, ich kann nicht anhalten. Pass auf. Wow. Mama hat dir das Eislaufen gezeigt, aber ich hab dir gezeigt, wie man hinfällt. Ja, und ich bin schon richtig gut im Hinfallen. Schorsch, willst du nicht auch Eislaufen? Nein. Komm schon, Schorsch, das macht Spaß. Ich zeig's dir. Also, zuerst musst du... Wuii. Schorsch, komm zurück. Ich bring dir bei, wie man Eisläuft. Was für eine Überraschung. Schorsch kann wunderbar Eislaufen. Boah. Guckt mal, Schorsch. Schon sehr gut, Schorsch. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man bremst. Gut gemacht, Schorsch. Ganz fantastisch, Schorsch. Ja, das hast du sehr gut gemacht, Schorsch. Für deine erste Stunde. Also dann, los geht's. Ja. Peppa und Schorsch lieben Eislaufen. Alle lieben Eislaufen. Mama und Papa haben mir Eislaufen beigebracht und ich dann Schorsch. Das hohe Gras. Peppa und Schorsch spielen im Garten. Oh. Die Wiese ist schon eine Weile nicht gemäht worden. Das Gras ist sehr hoch. Komm schon, Schorsch. Schorsch, wo bist du? Ich seh dich nicht. Schorsch, ich komme und fang dich. Peppa und Schorsch können sich nicht sehen. Ups. Peppa und Schorsch lieben es, im hohen Gras zu spielen. Papa Wutz möchte Zeitung lesen. Ach, was für ein schöner Tag. Genau richtig zum Faulenzen. Papa Wutz liebt das Faulenzen. Du meine Güte, Papa Wutz. Wir haben den Garten ein bisschen vernachlässigt. Wie meinst du das, Mama Wutz? Die Wiese, sie muss gemäht werden. Oh, mir gefällt das so. Sieht nach Wildgarten aus. Mama, Papa, kommt, spielt mit uns im hohen Gras. Das macht Spaß. Hoho, na gut, spielen wir mit dem gepunkteten Ball. Oh, wo ist der hin? Der Ball ist im hohen Gras verloren gegangen. Den finden wir nie mehr wieder. Hm, vielleicht ist es Zeit, das Gras zu mähen. Ja, Papa Wutz. Ich hole mal den Rasenmäher. Ich bin ganz sicher, dass er hier ist. Ah, da ist er. Papa Wutz hat den Rasenmäher gefunden. Ist er nicht ein bisschen rostig? Unsinn, der mäht das Gras in null Komma nichts. Ein bisschen rostig ist er schon. Ich könnte ja mal Opa Wutz anrufen und fragen, ob er uns seinen Mäher leiht. Wir brauchen Opa nicht anzurufen. Ich muss nur ein bisschen fester schieben. Der Rasenmäher von Papa Wutz funktioniert nicht besonders gut. Oh, ich weiß was. Wir rufen Opa Wutz an. Hallo, Opa Wutz am Apparat. Hallo, Opa Wutz. Könntest du uns helfen, sehr hohes Gras zu mähen? Oh, haha, natürlich. Ich bin sofort bei euch. Tschüss. Ich glaube, das ist ein Job für Betsy. Opa Wutz fährt mit seinem Motormäher rüber zu Peppers Haus. Opa Wutz. Opa, hallo. Hallo zusammen. Wie ich höre, gibt's hier Gras, das zu hoch ist. Es ist ein bisschen zu hoch für meinen Rasenmäher. Kein Problem. Betsy schafft das in null Komma nichts. Heißt ein Rasenmäher etwa Betsy? Ja, Peppa, so ist es. Hallo, Betsy. Opa, dürfen wir auf Betsy mitfahren? Aber natürlich. Rauf mit euch. Ei, ei, Käpt'n Opa. Das haben wir in null Komma nichts gemäht. Festhalten, es geht los. Hui. Betsy ist eine sehr gute Rasenmäherin. Das macht Spaß. So, fertig. Opa, du hast was vergessen. Oh, ja. Was ist das? Oh, unser Punkteball. Dankeschön fürs Ballfinden, Opa. Und Dankeschön fürs Rasenmähen. Mit Betsy ist Rasenmähen ganz einfach. Jetzt können wir mit dem gepunkteten Ball spielen. Los, fang, Papa. Der Ball springt sehr gut auf dem kurzen Gras. Los, fang, Schorsch. Opa, los. Fang. Beim Zahnarzt. Jeden Morgen putzen sich Peppa und Schorsch die Zähne. Heute gehen Peppa und Schorsch zum Zahnarzt. Peppa, Schorsch, heute gehen wir zum Zahnarzt. Ich habe keine Zeit für den Zahnarzt. Ich mache heute ein Teekränzchen mit Teddy. Ja, wir haben keine Zeit. Jeder muss zum Zahnarzt, damit die Zähne sauber und gesund bleiben. Na gut, Papa. Schorsch, sind deine Zähne genauso sauber? Es ist Schorschs erster Zahnarztbesuch. Ja, beide schön saubere Zähne. Ich bin sicher, der Zahnarzt ist begeistert. Beim Zahnarzt warten Peppa und Schorsch, bis sie an der Reihe sind. Äh, warten ist langweilig. Diese Zeitschrift ist sehr interessant. Alles dreht sich um Kartoffeln. Oh. Heim. Peppa, Schorsch, der Doktor erwartet euch. Hurra! Das ist Doktor Elefant, der Zahnarzt. Hallo, Peppa. Hast du auch schön die Zähne geputzt? Ja, Doktor Elefant. Gut. Also, wer zuerst? Ich zuerst. Ich bin schon ein großes Mädchen. Guck zu, Schorsch. Setz dich auf den Stuhl, bitte. Gut festhalten. Gut festhalten. Weit aufmachen, bitte. Äh. Weiter, bitte. Äh. Also, dann gucken wir mal. Doktor Elefant guckt mit einem kleinen Spiegel hinter Peppas Zähne. Ich hoffe, du hast nicht zu viele Süßigkeiten gegessen, Pepper. Es ist ziemlich schwierig zu sprechen, wenn der Mund so weit offen ist. Ach, hoch, voll ab. So, schon fertig. Das sind herrlich saubere Zähne. Die hat sie von mir. Krieg ich jetzt den rosa Spezialsaft? Ja, aber nicht runterschlucken, Pepper. Spuck ihn aus. Schorsch, jetzt bist du dran Nein Schorsch möchte lieber nicht dran sein Vielleicht kannst du den Dinosaurier mitnehmen, wenn der Doktor nach deinen Zähnen guckt Schausier Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Dinosaurier Es ist kein richtiger Dinosaurier, er ist aus Plastik Gut festhalten Das machst du sehr gut, Schorsch Und, zeigst du mir deine Zähne? Schorsch will dem Zahnarzt seine Zähne nicht zeigen Schorsch, schön weit aufmachen, so wie ich Ah, da sind sie Schon fertig, du hast sehr starke und saubere Zähne, Schorsch Sind sie so schön wie meine, Dr. Elefant? Äh, ja Schorsch ist sehr stolz auf seine sauberen Zähne Schorsch, denk an den rosa Spezialsaf Moment mal, was ist das? Was ist denn Dr. Elefant? Schorsch hat saubere Zähne, aber die von diesem Dinosaurier sind sehr schmutzig Oh nein, jetzt ist Dr. Elefant sehr böse mit dem Dinosaurier Überhaupt nicht, Peppa Es ist mein Beruf, Zähne sauber zu machen Den Wasserstrahl bitte, Frau Mümmel Der Zahnarzt benutzt Wasser, um die Dinosaurierzähne zu reinigen Polierbürste bitte, Frau Mümmel Jetzt wird es ein bisschen laut Dr. Elefant poliert die Zähne des Dinosauriers Rosa, rosa Ganz genau, Schorsch Der Dinosaurier braucht noch den rosa Spezialsaft Oh, was für strahlende Zähne für einen Dinosaurier Sausia Ihhh, ich krieg Angst Schorsch liebt seinen Dinosaurier, besonders mit so schön sauberen Zähnen